Zahlreiche Rettungskräfte wie Feuerwehrleute, Sanitäter und Ärzte sowie zwei Rettungshubschrauber eilten zum Unglücksort, der rund 120 Kilometer östlich von Prag liegt. Dort waren die Lokomotiven beider Züge aus noch unerklärten Gründen frontal zusammengekracht. Der nächtliche Schnellzug des privaten Bahnunternehmens Regiojet war auf dem Weg von Prag in slowakische Kosice gewesen und gerade eine Stunde unterwegs, als es zu dem Unglück kam. An Bord waren nach Angaben der Feuerwehr mehr als 300 Passagiere. Die unverletzten Fahrgäste wurden mit Bussen in Notunterkünfte gebracht. Nach Medienberichten hatte der Lokführer des Schnellzugs möglicherweise ein Haltesignal übersehen oder eine Weiche war falsch gestellt. Ich habe mir noch gedacht, dass der Zug auf das falsche Gleis fährt, obwohl ein grünes Signal leuchtete, sagte ein Augenzeuge der Zeitung Bravo. Auf einmal gab es einen Knall und der Zug stand. Ein Passagier aus dem Zug, der selbst unverletzt blieb, berichtete danach. Ich habe einen Aufprall gespürt und gehört, wie Glas zerspringt. Gleich danach war weinend zu hören. Der Zusammenstoß der beiden Züge war noch in einiger Entfernung zu vernehmen. Die Kollision hat uns aufgeweckt. Meine Frau dachte, dass in der Nachbarschaft ein Haus eingestürzt ist. So ein Anrainer. Neben Innenminister Rakusan begab sich auch Verkehrsminister Martin Kupka umgehend zur Unglückstelle. Regierungschef Petre Fial drückte den Angehörigen der Toten über die Online-Plattform X sein Beileid aus. Die Kollision der beiden Züge ist ein großes Unglück, schrieb er. Wir denken alle an die Opfer und Verletzten. Die Kollision der beiden Züge ist ein großes Unglückstelle.